Da konnte man dann halt auch eben so diese Mini-Spiele spielen. Wenn man zum Beispiel ein Autoscooter aufgebaut hat, konnte man dann als Minispiel Autoscooter machen. Sollte man vielleicht mit anderen Spielern, leider gibt es heutzutage sowas nicht mehr so oft. Leider, leider muss ich sagen. Und jetzt können wir die Zeit eigentlich wieder mal, oder bis morgen früh warten und dann... Ja, ja. Ja. Wir reden jetzt noch ein bisschen, da warte, es ist morgens um sieben, denn wir schlafen ja eigentlich jetzt. Das ist auch geil. Lass mal kurz. Wir sind zehn Tage, wir haben jetzt schon drei Tage hinter uns, glaube ich. Und in den drei Tagen haben wir noch kein einziges Mal geschlafen. Ich persönlich kann es jetzt nicht garantieren, ich weiß es nicht, ob es stimmt. Kann man drei Tage lang wirklich ohne schlafen noch topfit sein? Naja, wie man auch sieht in den Update, wie man auch sieht in den Update, das haben wir ja vor zwei, drei Folgen erwähnt. In Folge vier, fünf, sechs und so weiter, dass der Raps größer geworden ist, das merkt man, denn die Stängel waren vorher noch nicht da. Sehr schön. So, jetzt haben wir mittlerweile schon ein Uhr, aber wir warten trotzdem noch. Also drei Tage, also drei Tage den ganzen Tag wach machen, das mache ich jeden Tag. Ja. Ja, das ergibt echt Sinn. Drei Tage wach bleiben ohne zu schlafen, das mache ich wirklich jeden Tag. Soll ich es nochmal sagen, damit es auch der letzte kapiert oder spult einfach zurück und so lange bis ihr es kapiert und dann schreibt in die Kommentare, ich habe es kapiert. Sonst wissen wir alle, dass ihr alle es nicht kapiert habt. Wenn möglich auch noch die Stelle, wenn ihr schreiben wollt, werdet sich denn, weil sonst verwirrt ihr uns. Was hat der kapiert? So, ähm, wir fahren jetzt noch. Wir halten und dann machen wir einen kurzen Cut, da wir noch kurz gucken müssen. Allgemein, müssen wir noch was kurzes gucken. So, der Cut beginnt schön. Jetzt hinter dem Fahrzeug. Und wir sagen, guck mal wir können da voll reinlaufen. Und wir sagen bis... Gleich. Also du Schlauheit, komm zurück zu Schlauheit. Jetzt, Willkommen zu Let's Play. Nein, Landwirtschaftssimulator 13. Und wir fahren jetzt mit unserem Durchstart. Der sitzt neben mir. So. Das machen wir, wenn wir... Gerade nicht... Wenn wir gerade nicht... Das machen wir, wenn wir gerade nicht aufnehmen. Bug ist... Oder kann es sein, dass abends die Hühner mehr machen, wenn wir die Eier nicht einsammeln, dass wir dann weggehen? Oder... Mal gucken. Wir hatten... Ja, ja, ich sammle einen. Also. Echt? Die Hühner machen viel... Jetzt haben wir viele Babys. Die können auch... Machen. So. Da braucht ihr eigentlich gar keinen Livestream. Okay. So, jetzt unser geschmeidiger Bauer sammelt wieder die Eier ein. Und meine Stimme geht es wegen dieser Scheiße langsam zum Arsch. Genau. Noch ist sie nicht am Arsch, aber sie... Du hast durch den Baum gedreht. Aber... Sie geht gerade zum Arsch. Und ist bald am Arsch, ne? Also sie... Läuft gerade dahin. Hm? Hm? Ja. Hä? Hä? Ich will es Kommentar ab und Kommentar nicht. Hm? Nein. 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 Marcel hat gerade gemerkt, dass wir, ähm, gerade ein paar Kommentare auf ein Video haben. Ey. Und genau, wie gesagt, zwünff Kommentare oder trölf. Aber bei mir steht Null. Hm? Bei mir steht bei der Videomanager steht bei fünf Kommentaren bei Null. Hm? Dann bleiben wir was meint. Also. Oh, das Wetter. Neunzwanzig Eier. Hm. Neunzwanzig Eier. Mann. Jeder manche wünscht sich doch neunzwanzig Eier zu haben. Jetzt mal ganz ernst. Da macht er freien Sprünge und sagt... So. Boah, hier. In the Boss Fahrzeug. Ja. Boah, er fährt und chattelt gleichzeitig. Joah. Und natürlich macht er mal dieses scheiß Lämpchen. Boah, er fährt und chattelt gleichzeitig. Joah. Und natürlich macht er mal dieses scheiß Lämpchen. Boah, er fährt. Boah, er lacht. Was denn, er hat nen Witz gemacht oder? Oh, jetzt lacht er doch, Alter. Ähm. Ja. Du schmau. Ich kann mir das schon vorstellen... Ey, fahr doch jetzt mal her. Im Livestream, wenn wir... Ich sag, fahr doch mal. Im Livestream, wie wir dann alle... Zensiert und äh... Sagen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Besonders Tobias. Wie er ständig t... Sagt. Ne. Das ist unser neues zensiert Zei... Zeichen. Ey Marcel, du hast ja groß... Abköpft. Scheiße. Schu. Das ist verdobt. Scheiße. Scheiße. Scheiße, einfach... Scheiße, das ist verdobt. Aber was ich jetzt scheiße finde... Man sieht hier, ehrlich gesagt, gar nicht, wenn ich das jetzt so beobachte, das Grüne am Rand, das ist ja das Gras. Das nervt irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel dieses Feld hier auch erntereif wäre, also grün, würde ich mich nerven, weil dann überall grün ist und das sieht man ja kaum. Hier, nimm mal, ich muss schnell pflügen. Ich habe gerade ein bisschen gemacht. Ja, das, wie gesagt, ist unser neues Zensierzeichen. Und wie kriegt man dieses Verdorte jetzt wieder weg? Man muss wieder grubbern oder pflügen, ich weiß nicht, muss wieder gucken. Oh, meine Stimme. Ich übersetze nur das, was Marcel sagt. Weil er sagt nicht grub, sondern sagt das volle Wort. Okay, also wir werden gleich auch diese Aufnahme dieses Zenschechen, Tschechen, äh, bändchen. Und, ähm, beim nächsten Mal fällt euch bestimmt irgendwas wieder ein. Nein. Da können wir ein bisschen ÖB machen. Entschuldigung. Frag meh. Fahren Sie mit Ihnen einmal zu einer Profi-Kombau oder mit meinem Traktor plus Mähwerk zum grünblicken Ringer oder wie bei der Gleide. Wenn Sie das dort ein bisschen erfüllen, müssen Sie das Gras nur mähen können, das Heu wahlweise liegen lassen. Ja, ich erinnere nur noch mal an die Folge, wo er mit dem Grashopper im Hühnerjägerfestgang ist. Oh, ich erinnere nur noch ein Pinsel. Ich erinnere nur noch ein Pinsel. Leute, meine Frage, was denkt ihr, wenn jemand sagt, ich habe meinen Pinsel eingeweist? Doch nicht an einen Farbpinsel, oder? Ja. Alle. Immer. Scheiße. Vor allem, wenn es eine Frau sei. Ja. So. Ähm. Wildwutbahn, Käppig, Blas, hier. Wo? Da stand was. Traktor, Erntemarschinen, Geräte, Anhänger. Da kommst du nicht drauf. Ich sollte besser lesen. Ich habe gerade ein paar Sachen. Ich habe gerade gemerkt, das war ein falsches, das war nicht der Golfplatz, sondern der Campingplatz. Und der Campingplatz ist auf der anderen Seite der Karte. Dazu sollten wir den mit einem anderen Profi-Hopper, den wir in der nächsten Folge kaufen, werden wir dann diesen Profi-Hopper dann da hinschicken und diesen Profi-Hopper werden wir hier lassen. Das heißt, wir haben dann drei im Besitz, wenn wir wieder Kohle haben. Genau. Äh. Wediger. So. Fahr der auch jetzt hier mal. So. Man muss hier richtig auf die Tastatur hauen, damit er auch nur ein Millimeter anfängt zu fahren. Äh. So. Ich suche jetzt gerade einen Unterstand, wo er hier unterstehen kann. Ganz kurz, Cut. Da sind wir auch wieder und lässt mein Handy in Ruhe. Da habe ich gerade eben mal bei der Suchanfrage bei YouTube kurz eingegeben. Also. Wie wird es überhaupt geschrieben? Q-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä-Ä. Hörsch denn n Genz, auf so'n fetter Mensch wohl im Sch 엣.. Boah. Jetzt war ich 25 Mal bei McDonalds und jetzt muss alles raussehen.. mehr ja Bosse sind wieder zurück es gibt ja eine Band die heißt Bosse spür, ja echt jetzt hast du die Aufgabe aufgegeben Aufgabe auf Gargarten Geb-Garten Geb-Gab-Gab-Ging-Ging geile Flagge von einem Campingplatz Das sind 95.000 Eierprenzungen. So, ein Spiel. Reicht ja nicht. So, dann beenden wir auch diese Aufnahmesession und sagen Tschüss und bis zur nächsten Session. Eure Jungsfrauen. Situ LP.